hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu anno ein neuer tag eine neue folge im sonntag stream wir müssen schiffe bauen wir brauchen ein anderes krieg schiff weil ich habe gerade gemerkt das wird ja immer knapper deswegen gehen wir auf unsere hauptinsel die ja so schön groß ist das gut und ich denke mal ich werde mich jetzt in diese richtung hier ausbreiten wir brauchen ja für den schiffsbau ich habe hier so ein schiff in auftrag gegeben brauchen wir waffen einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her da müssen wir uns später drum kümmern einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her ja habe ich verstanden danke wir müssen waffen herstellen und zwar bei den patrizian gibt es hier die waffenschmiede und die werden jetzt bauen die braucht aber zugriff auf ein lagerhaus nur die waffenschmiede kann ich doch nicht unten hinsetzen der macht doch nur wird irgendwas dabei der kohle kann das sein oder ist das stein ist das kohle ich glaube kohle baue ich noch nicht ab oder ich freue mich ja so nicht singen nicht singen ich setze mal ihren hafen jetzt jetzt einfach mal hier mal gucken also eisenbraucher ne brauche ich nur eisen mal gucken wie schnell zack da wird geeist eine produktion kommt zum erliegen ne brauche nur eisen alles klar alles cool und wir können aber mal weg nein da 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 wo sind die stein da so können wir das ding eigentlich ausbauen ne da fehlt uns wieder glas hier oben eigentlich passiert wieso sieht der weg so kacke aus mal ganz kurz da war irgendwas war da nicht habsch gesetzt okay also wir produzieren waffen das ist schon mal gut dann können wir bald das kriegsschiff herstellen aber für den nächsten ausbau brauchen wir glas haben wir noch nicht genau wir brauchen hier wir brauchen hier um nicht mehr leute wir brauchen mich hier eine glas schmelze von ihrem expeditionsschiff fehlt jede spur ihr habt das flagschiff verloren doch seid unbesorgt ich kann euch ersatz beschaffen auch ihr müsst euren beitrag leisten wenn es weiter nichts ist womit ich behilflich sein kann äh das schiff ist sogar peister gegangen na danke und wie heißt du jetzt vanadis ah leck ok ich hol mir ganz kurz die segel hier oben ab die hatte ich ja glaube ich hier eingelagert was ist hier für ein was ist hier für ein problem handelsroute warum passiert hier nichts oder wird der gerade alle wurde abgefertigt alles klar so ich schicke mal mein schiff da hin bist du das die vanadis toll die santa barba ist kapelser so du bist unser kriegsschiff oder ist unser kriegsschiff vanadis ist unser kriegsschiff hast du kanonen an bord ja hast du ähm wo ein gutes geschäft ist mir willkommene abwechslung so ich hoffe gleich gibt es auch einen sack geht ihr mir bei dieser sache zur hand äh warte bitte muss kurz hier töten wo ist denn da ist die da jetzt so ich hoffe das wird was wo sehe ich denn den zustand von meinem ader bestellt keine wagen so nicht mit dem commander oh nix zum einsammeln das ist aber schade müssen wir die nur nach hause schicken äh da 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 hin ja das werden wir jetzt machen der transportiert der macht noch nix gell doch der hat auch das hier nehmen wir genau das werden wir jetzt für den brotransport einsetzen das ist richtig ja das ist eine gute idee einer ihrer betriebe stellt keine waren näher ja weil das brot so viel ist ich weiß wir müssen das hier ein bisschen ausbauen ich schicke jetzt erstmal das schiff vom sultan nach da oben und ähm was könnte ich denn da rüberfahren das gefällt mir ähm wir stellen da mal eine handelsroute wie heißt denn unser schiff wenn wir es gleich an ich hätte da einen vorschlag für euch du mich auch ähm so pass auf du bist die malakie du wirst eine neue handelsroute machen oh malakie so neue route erstellen ähm das wird rot rot konto hinzufügen wie heißt du hier drüben äh das ist das ist malakie wie heißt der konter hier drüben röschenhof genau konter hinzufügen vom röschenhof laden wir rot und kommt das 50 ist Maximum okay und das fahren wir nach Synapsia müsste das sein eine Produktion kommt zum erliegen Synapsia minus rot Schiff hinzufügen malakie effizienz gering was passt das ist die route ja jetzt legt sie ab und bringt eine Produktion kommt zum erliegen gucke ich auch gut Brot was habe ich denn hier eigentlich gehandelt Gewürze da hat jemand gesagt man kann hier noch mehr drauf laden warte mal kann ich das hier irgendwie erhöhen ne doch 50 geht und dann machen wir auch hier 50 raus gucken wir das bei dem Brot nochmal das ist schon Maximum okay Brot ist schon Maximum sehr gut äh dann nehmen wir das hier noch um und machen hier Gewürze draus so und hier sind auch noch Gewürze ne da kann man das hier vielleicht auch noch erhöhen steine bringt er darüber okay passt 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 das Gewürzschiff ist pausiert oh ja äh wie kannst du go wieso ist der nicht links klick ich hab Detailinformationen wie kann ich das wieder ich möchte wieder dass das wieder startet hm wie krieg ich das wieder auf die Route hm wie krieg ich die Pause da raus ist ja merkwürdig warte mal das andere läuft ne das läuft auch Schiff nochmal raus rein okay warte ah jetzt läuft's jetzt läuft wieder alles alles klar es läuft wieder alles sehr gut gut so jetzt können wir eigentlich hier drüben uns nochmal die Rechte von dem Dings angucken weil wir gucken jetzt erstmal nach der Waffenschmiede genau machen wir das erstmal so der stellt Waffen her ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten das ist gut Dankeschön ähm eskortieren sie Schiff aus der Region fuck das hab ich das hab ich noch nicht gemacht da ist mein Schiff und das Handel da vielleicht schaff ich das ja noch mal gucken ob das noch langt ich hab das total verbuselt ich vertraue in dieser Angelegenheit schön schön so Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an na super jetzt gerade wo ich das Kriegsschiff warte mal jetzt hab ich das andere Kriegsschiff schon gebaut da ist das ein Kriegsschiff der Walross ist das ein Kriegsschiff ja sechs Waffen kleines Kriegsschiff sechs sechs Schadenspunkte gut wo ist Korsaren da mal gucken ob das was wird ach du Scheiße hier gibt wahrscheinlich auch kein Peister Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren Salam Aleikum Salam wo kommt das Kriegsschiff ihr habt ein gutes Geschäft gemacht boah kollidiert gucken ob das hinhaut sie sind auf einen Mitspieler gestoßen was den kenne ich doch schon den Baden hier der sie haben ein neues Land gesichtet sag mal sie haben auf einer Insel ein Gebäude ich glaube mein anderes Schiff ist ein bisschen langsam jetzt ich hoffe das langt langt voraus ihr werdet wieder von mir hören das nehmen wir natürlich mit was haben wir denn da ein halbes Steuerrad okay jetzt bringen wir die erstmal nach Hause und werden die reparieren mag es mir Vorsprung nicht ähm also er bietet Ihnen folgende Aufzeichnung finden Sie für also hier einen Schatz entsenden Sie einen Suchtrupp auf zwei Inseln entsenden Sie einen Suchtrupp auf zwei Inseln zu jedem Aussenden des Suchtrupps benötigen Sie an Bord 10 Tonnen Werkzeuge kann ich das mit einem Schiff machen ja mach ich ein von Ihnen eskortiertes Schiff ist dürfte ich euch auf etwas aufmerksam machen wurde zerstört ja das hab ich mir schon gedacht fuck ist hier irgendwas liegen geblieben ja scheiße der wurde zerstört wie dumm ist das denn bitte lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen ne der ist das ist ja wegge der ist ja weggegeben worden ähm Suchtrupp da ist der Escort hat es wahrscheinlich einen von den zwei Schiffen gerade zergerissen ne okay einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her boah lass mich also das würde ich gerne abschalten können diese Betriebe keine Waren und so weiter weil das nervt jetzt schon ein bisschen warte mal ist der schon zu Hause ne der fährt hier gerade hoch muss mein Kriegsschiff muss ich mal da oben reinbringen haben wir jetzt hier irgendwie bessere Schiffe könnte noch ein Kriegsschiff herstellen ich glaube da werde ich mal so eine ich werde nochmal eins produzieren lassen dann ähm haben wir na ist das richtig habe ich das jetzt gesetzt oder ist das Rechtsklick so jetzt müsst ihr die da hin aussenden ähm was habt ihr zu vermelden ich bin froh dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit wirklich heldenhaft oh was war da eben habt ihr gerade gesehen ja 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 der hat mir uns ein Handelsschiff geschenkt irgendwie das Spiel überfordert mich gerade hier da die Oktopus haben wir bekommen ein großes Handelsschiff hat keine Waffen an Bord das ist natürlich auch geil die fahre ich jetzt erstmal hier oben hin damit ich die nicht vergesse da brauchen wir eine große Werft okay äh können wir die schon bauen können wir so haben wir gebaut große Werft dann können wir die Oktopus da schicken wir zu unserer neuen Werft hin so eine Produktion kommt zum erliegen ja ja so klick 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 so hier werden wir die Aufgabe machen. Ähm, du bist... Schiffsbau abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Die... Eines ihrer Schiffe wird von Corsaren überfallen. Leck mich doch on the face. Das macht mich wahnsinnig. Moment. Erstmal dahin. Okay, jetzt werden wir erstmal die Kiste. Da hinpacken. Corsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Kann man hier so zwei Schiffe zusammenfassen? Kann man. So. Wo ist das? Da. Direkt in der Nähe. Einmal. Hammer erledigt. Und da unten nochmal. Wo ist er denn? Weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe jetzt eine Idee. Ich nehme das hier. Und werde die eskortieren lassen mit den Kriegsschiffen. Gebt mir nämlich voll auf den Zeiger, dass die ständig angegriffen werden. Müsste doch eigentlich so funktionieren, oder? Ich hoffe mal. So. Ich brauche jetzt aber noch ein Schiff. Die fährt da weiter. Du bist ein Handelsschiff. Du bist ein Handelsschiff. Du handelst. Du. Du bist eins der Kriegsschiffe. Genau. Du fährst erstmal nach Hause und holst dir Werkzeuge ab. Dann laden wir die nämlich mit diesen Werkzeugen und werden dann diese Expedition machen für den Soldat. Ich helfe euch gerne aus. Dann geh. So. Jetzt holen wir uns hier... Was hat er gesagt? Werkzeuge, gell? Ja. 20 Tonnen brauchen wir. Ach komm. Was soll der Geiz? Wir machen direkt den Laderaum voll und nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. So. So. Und jetzt müssen wir hier auf die Inseln. Die zwei Inseln. Da hin. Und was müssen wir da machen? Einfach anlanden, oder was? Wie funktioniert das denn mit den Expeditionen? Schickt die mal hier hin. Mal gucken, was da passiert. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und auch das ist mir wurscht. So. Wie machen... Ah. Jetzt... Ach. Krass. Krass. Okay. Auf Expedition. Werden wir was finden, wo er sucht. Werden wir was finden. Die Expedition. Die Schatzsucher konnten nichts Wertvolles finden. Schade. Dann schicken wir dich zu dem anderen dorthin. Machen wir hier runter. Weil ich meine, wir brauchen... Wir müssen uns um den Sultan gut stellen, weil wir später brauchen wir die Quarze. Das ist glaube ich dann auch für die... Also dieses... Dieses... Rosafarbene, was man da immer sieht. Sind das Quarze? Ja, Quarz, genau. So. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, wir haben einen Schatz gefunden. Wie geil ist das denn? Wisst ihr was? Den schicken wir jetzt da hin. Und in der nächsten Folge sehen wir, was wir dafür bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Anno wieder. Und zwar morgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.